Willkommen YouTube, willkommen zu Uncharted 4, euer Transacker Mike, begrüßt euch zu einer neuen Folge, zu einer brandneuen Folge. In Libertaya sind wir angekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel geht unendlich. Irgendwie werde ich mit diesem Spiel nicht fertig. Aber es ist einfach auch zu cool, sich hier mal in Ruhe umzuschauen. Wobei ich bin ja nicht großartig am rumbummeln. Also ich sehe eigentlich schon zu, dass ich hier irgendwie einigermaßen straight durchkomme. Aber ich will natürlich auch möglichst viele Schätze mitnehmen. Das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ganz lieben Dank auch nochmal für eure vielen Likes und Comments. Das Projekt immer noch am Start nach so langer Zeit hier läuft immer noch ziemlich gut. Ich bedanke mich dafür im Voraus und ja auch im Nachhinein. So und heute geht es weiter hier. Wir müssen mal wieder, denke ich mal, einen Weg in die... Mein Gott, ist das hübsch. Schöne... Das Geld tut sich doch nicht weh, ne? Nö. Siehste, geht doch. Dann müssen wir wohl hier durch. Schauen wir mal. Musik kommt. Ja, scheint richtig zu sein. Vegetation ist wirklich schön hier. Musik ist gut. Man kann einfach nicht meckern bei dem Spiel. Ei. Was haben wir hier? Heilige Scheiße. Zumindest ein paar davon. Verdammt. Also die Bataille ist wirklich sehr schön. Was zur Hölle ist dir passiert? Irgendein Kampf. Das war eine rhetorische Frage. Die Frage ist, wer bekämpft wen? Und warum? Wow, ist das schön. Ein paar der Leichen sind schicker angezogen. Sehen wie Soldaten aus. Also hieß es, die Siedler gegen die Soldaten. Und wenn das da oben das Schatzhaus ist, hat anscheinend jemand versucht, Geld anzuheben. Ja, und hoffentlich hat es nicht geklappt. Genau. Oh, hier aufgespießt mit dem Speer. Krass. Die haben um die Ecke gucken, ob hier irgendwie ein... Was muss das für eine monströse Arbeit gewesen sein? Dieses Level-Design. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Hier kommen wir irgendwie rein. Man, das ist beeindruckend. Das ist noch untertrieben. Wow. Oh, ja. Da haben wir... Okay, dann... Was? Wo geht sich... Wo öffnet sich das jetzt? Gehst du mir mal? Ja. Lass es mal zusammen versuchen, Bro. Oh, das ist vergoldet. Krass. Der hat hier wohl schon abgesahnt, Rave. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also. Hinweise suchen? Ja. Hinweise suchen. Die Diebe von Libertaria. Kapitel 15. Da war was eben. Na da. Hm. Mal alles schön durchsuchen. Ja, kann man da unter... Da war auch eben ne... Moment. Da war eben was. Da. Eine Kiste. Eine Schatzkiste. Ja. Nichts. Nichts. Hm. Ja. Da ist auch noch was. Da ist eine Schranke. Oh, da ist was drin. Altes Manifest. Viele Schätze. Auf dem Wege nach Libertaria von Hafen von Kings Bay. Wow. Er hat ordentlich was geladen gehabt hier. Vier Fässer Wein. Zwölf Pferde. Oh. 50 Kanunenkugeln. Zwölf Pferde. Wo lassen sie die denn? Krass. Okay. 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 Alle abgemurkst hier. Hm. Da. War ich da? Da war ich glaube ich schon, oder? Ja, die war leer. Okay. Geht's hier auch weiter? Nee. Nach Hinweisen suchen. Ich guck mal eben. Da war ja die Objektuntersuchung. ist da vielleicht, kann man das drehen. Hey Sam, irgendwas gefunden? Absolut gar nichts. Nee. Bei dir? Ja, hier auch. Wir lesen haben wir schon alles. Da ist auch nichts auf der anderen Seite. Zoom. Auch nichts. Nee. Nö. Wir haben nichts übersehen, wie es aussieht. Oh, noch was. Noch eins. War das auf den Regalen? Goldmünzen. Inhalt wie beschrieben. Von R. Taylor. Gemälde. Wow. Krass. Okay. Boah, wie viel Schublade gibt's hier denn? Da ist noch was. Leer. Auch leer. Noch was. War das die Leer? Nee, da ist doch, das ist eine andere. Das ist noch eine Karte. Unglaublich, dass der Brief noch intakt ist. Mhm. Nein, ich hab hier jetzt gleich alles durchsucht. Oh, da ist noch was. Die Leiche. Oh, schicke Klamotten. Irgendeine Uniforme. Hier öffnet sich gleich. Gute Arbeit. Nade, hier drüben. Wo ist er? Da hinten. Ah, der endlich einen Hinweis. Nade, sieh dir das an. Was hast du da? Lieber Taya-Geld. Da ist Avery's Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen. Der Schatz war hier. Ja. Mit der Betonung auf wahr. Wo ist er jetzt? Okay. Wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau. Da ist Avery. Two. Die Gründer von Lieber Taya. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder. Nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Hm. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Lieber Taya. Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. Nur Devon? Ja. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben. Was hältst du davon, den Wachtturm hochzuklettern? Und zu orientieren? New Devon, wir kommen. New Devon, okay. Also, wie kommen wir da hoch? Ach, nee. Wachtturm hochklettern. Aha. Okay. Wieder was schieben? Okay. Okay, bereit? Da kommt ja kein Mensch drauf. Oh, hier ist eine Kurbel. Wo ist der Kronleuchter? Da. Ach, du Schiet. Nichts wie hoch, ja. Lustig. Der Kronleuchter ist oben. Das heißt, vielleicht kann ich mich da mit dem Seil hoch... Oh ja, da ist ja so ein Ding dran. Da kommt er... Doch, da kommt er hoch. Oh ja. Oh ja. Das klappt. Hm. Sie fragt sich jetzt nur, wo schwingen wir uns jetzt hin? Hier an die Seite. Geht auch nicht. Hoch. Wenn wir uns hochhangeln. Genau. Oh ja, 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 ja. Ja. Nee. Klappt nicht. Shit. Hätte noch höher gemusst. Okay. Alles klar. Das kriegen wir hin. So, hochklettern, hochklettern, hochklettern. Kann ich noch hoch, weiter hoch? Noch weiter hoch geht nicht. Nee, das gibt's ja nicht. Wie soll ich denn da rankommen? Zu anderen Kette, sagt er ja immer. Weiter geht nicht. Na, er lässt sich... Wieso lässt er sich denn immer wieder runter? Sollte ich doch schwingen. Na, er lässt sich runter. Nee. Das kann er ja nicht schaffen. Nee. Das schafft er so nicht. Mann, verdammte Axt. Wieso ist das denn jetzt wieder so... schwer zu erreichen da hinten? Vielleicht muss ich doch erst mal woanders mich hinschwingen. Naja, aber das geht ja nicht. Bisschen mehr Schwung. Ja, ich muss noch mehr Schwung. Ja, jetzt kriegen wir Schwung drauf. Und noch mehr Schwung. Und hochziehen. Nein. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Nicht. Wahrscheinlich ist das ohne hochziehen. Ich versuch das mal ohne hochziehen. Ja. 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 Das war ohne hochziehen. Alles klar. So, jetzt schwingen wir uns so. Nochmal. Komm her. Jawohl. Geht doch. Da geht's nicht lang. Hoch geht er auch nicht. Da muss ich erst mal runter. Hm. Wahrscheinlich unten lang kraxeln. Hält er sich da? Oh, ich hoffe, er hält sich fest. Nein. Ach, Mensch. Verdammte Axt. Ach, zum Glück bräuch ich nicht wieder ganz zurück. Ja, so geht's. Alles klar. So. Du trittst auf Baldrige. Oh, tue ich das? So. Komm her, Boy. Jawohl. Wir haben's. Endlich. Dann müssen wir hier jetzt hoch. Und rein da in die Butze. Wow. Los, nicht runter gucken. Kommen wir noch höher? Ja, nützt ja nix. Da kommen wir nicht hoch. Da auch nicht. Wow, wow. So geht's. Da hoch. Genau. Genau. Und da haben wir wieder irgendwo ein Seil. Genau. Da kann ich... Da ist ein Haken. Aber er will... Er gibt mir nicht... Die Möglichkeit, da was hochzuschmeißen. Das heißt, ich muss da wahrscheinlich hochklettern. Fragt sich nur, wie. Da an den Vorsprüngen vielleicht. Das könnte klappen. Ja. Jawohl. So, jetzt können wir... Schmeißen. Kraxel dich hoch hier. Oh, wir sind oben. Der Wahnsinn. Wow. Geht's noch höher? Haben wir hier irgendwas zu mitnehmen noch? Ne. Ein Globus, ein Alter. Schöner Balkon hier. Hey, bringst du mich da hoch? Klaro. Da ist nix. Hier kommen wir nicht weiter. Aha. Hier kommen wir weiter. Alles klar. Räuberleiter. Räuberleiter. Ja, lass mal runter, da. Oh. Na los. So, komm. Das schaffst du. Nochmal eben schnell umschauen hier. Hier ist nix zum mitnehmen. Das ist sehr schade. Auch nicht in der Ecke. Ne. Okay. Okay. So, jetzt bin ich mal auf die Aussicht gespannt, ja? Was für ein Ausblick, hä? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklagen? Hier ist da unten ein Weg. So, Tagebucheintrag. Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Kommt drauf an wen oder was wir unterwegs treffen. Oh mein Gott. Wie ist der da denn jetzt lang gekommen? Da. Ich kann da nicht näher ranzoomen. Äh, ich lass mich mal... Oh, shit! Habe ich mich erschrocken. Shit. Wo soll ich denn hier jetzt hin? Wow, wow. Wow, shit! Wow. Wow. Dann lass dich doch fallen. Komm her. Rüber, rüber, rüber. Rein da, rein da, rein da. Oh, das war zu weit. Wo bist du? Ich bin hier unten. Komm schon. Wo? Wo, wo, wo? Ich kann die nicht sehen. Shit, wo ist der denn der Sack? Ne, das war falsch. Shit, 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 shit. Oh, bist du? Ich bin hier unten. Ach da, auf den Vorsprung muss ich raufkommen. Ja, ja. Wir haben's. Sieh zu, dass du da rauskommst. Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben. Wirklich? Wie kommst du denn da rauf? Hier runter, schnell! Nicht baden, geh! Oh, was machst du? Wo geht er jetzt hin? Da, 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 da. Auch nicht. Wo ist er denn jetzt? Ach da, okay. Wow. Geschafft. Nathan! Nathan! Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Stehen! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Arschlöcher! Arschlöcher! Wo kann ich mich denn hier ranhackseln, Mensch? Wow! Ich weiß nicht, wo ich mich hier ranhackseln soll. Verdammte Axt! Nee, nee, nee. Shit, shit, shit. Wo soll man sich denn hier hinhackseln, Mensch? Komm schon, hier oben! Lädter das Seil hoch! Ja. Ach so, oh, hochklettert. Hoch, 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 hoch. Okay, okay, okay. Ja, 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 ich komm, ich komm. Oh, ich hasse diese blöden Cut-Zienes. Du kletter doch. Oh, was macht der denn? Hochklettern. Ach, da ist er. Ja, ich kann dich hexen. So, nun mach, 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 mach. Super. Na los, na los! So, hoch, 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 hoch. Oh, was für höllis! Dank hier! Wow, was für eine Action hier. Ja, das nehme ich doch eh mit rein in die Folge. Ich hoffe, ich drehe noch ein bisschen was mit hier. In die nächste Folge, ja. So. Und dann machen wir hier auch gleich einen Cut, meine Lieben. Die Folge ist eh schon viel zu lang. Raus aus der Tür! So, mach! Jawoll! So, mach auf! Oh, schnell weg! Wow! Schwein gehabt. Wow, wow, wow! Oh, shit! So, meine Lieben, hier machen wir einen Cut jetzt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, bei der nächsten spannenden Folge wieder. Sonst dauert das hier noch eine Ewigkeit. Wow! Genau, ich fall hier schon wieder runter. Ich muss da natürlich an den Vorsprung ran. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Würde mich sehr freuen. Oh, und unterstützt das Projekt. Damit ich nicht wieder in den Abgrund falle. Haut rein, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Und ciao! Oh! 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 Vielen Dank.